Und es ist soweit, es geht wieder um eure Fragen und diesmal um das kompletierte Fiesta-Modell-Line-Up. Wir werden nämlich fahren den Fiesta Active sowie den Fiesta ST mit dem neuen 1,5 Liter Dreizylinder. Wir sind persönlich auch sehr gespannt auf dieses Triebwerk, aber es geht natürlich darum, was ihr nun zu diesen zwei Modellen genauer wissen möchtet. Vielleicht habt ihr ja schon spezielle Fragen. Wie gesagt, der Active, das ist ein Crossover, der liegt 18 mm höher, 1 mm mehr dann noch durch die Reifen. Also insgesamt haben wir 19 mm mehr Bodenfreiheit als bei anderen Fiesta-Modellen. Und gut, ich glaube, der Fiesta ST ist selbsterklärend. Beim Event selbst geht es eher zackig zu, deswegen werden wir eure Fragen wohl mitnehmen, aber dann nicht direkt vor Ort beantworten können. Ihr bekommt aber auf jeden Fall die Antwort, sei es jetzt in der Review selber oder im eigenen Video. Also wie gesagt, alle Fragen, die ihr habt, unten in der Kommentarbox. Wir nehmen die mit und versuchen die dann zu beantworten.